Wenn es erstmal brennt, dann zu löschen, ist definitiv aufwendiger, wie von vornherein zu vermeiden, dass es brennt. Und alle präventive Maßnahmen ergreifen, zu vermeiden, dass es überhaupt anfängt zu brennen. Wie wäre das? Ist das eine gute Idee? Also ich finde schon, dass es eine gute Idee ist. Und jetzt ist die Frage, was meine ich damit? Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trinbacher, deinem Performance-Coach. Was meine ich damit? Und zwar folgendes. Entweder wir investieren von vornherein ein wenig Zeit in unsere Gesundheit oder es wird der Tag kommen, wo unser Körper uns zwingt, dass wir uns viel Zeit nehmen müssen, um wieder in Gesundheit zu kommen. Das meine ich damit. Und das sind die sogenannten präventiven Maßnahmen durch eine, soweit wie möglich, artenbedarfsgerechte Ernährung, also darauf zu achten, was wir essen, in Kombination mit einer regelmäßigen Bewegung dazu noch darauf achten, dass wir in den meisten Fällen ausreichend Schlaf bekommen. So, das meine ich damit. Und ich stelle fest, beziehungsweise das ist die Erfahrung der letzten über 30 Jahren, Erfahrung von über 28.000 Coaches, die ich schon erfolgreichen Coach habe, ist die Erfahrung, dass die meisten Menschen tatsächlich warten, bis die Hütte brennt. So nach dem Motto, ist der Schmerz nicht groß genug, komme ich nicht ins Tun. Wie meine ich das? Ich habe Coaches, die sind zwischen 40, 45, 50, 55, 60 Jahre alt, die schlagen auf, Blutdruck ist zu hoch, Cholesterinwerte sind zu hoch, Harnsäurewerte sind zu hoch, das Herz ist nicht mehr das Beste, im Verhältnis zum Alter ist es 20 Jahre zu alt. Die Mobilität ist nicht besonders prickelnd, das heißt, die Mobilität sieht so aus, die sind 50 Jahre alt und die Mobilität entspricht aber eines 60, 65-Jährigen, komplett verklebt. Das heißt, die Bewegung ist schwierig, in die Jacke reinzukommen, mit den Händen auf den Boden zu kommen, vom Boden aufzustehen, sind alles super schwierige Aufgaben. Und da ist halt die Frage, warum gehen wir nicht her und fangen frühzeitig an, uns Gedanken zu machen, wie es weitergeht und wie wir in uns investieren können. Wenn es darum geht, dass in unserem Business was nicht funktioniert, sind wir relativ schnell dabei, zumindest die meisten, die erfolgreichen, zu überlegen, wie bekomme ich es hin, dass ich jetzt im Business wieder mehr Umsatz mache, mehr Erfolg habe, neue Kunden generiere. Da haben wir relativ schnell eine Idee, wie kriegen wir das hin. Aber in unserem gesundheitlichen Bereich, da schieben wir vor uns her und schieben vor uns her, dann höre ich ganz oft, ja, ich müsste, ich könnte, ich sollte, ich sollte auch mal. Hm, das ist die spannende Frage. Warum erst warten, bis die Hütte brennt, bevor man anfängt zu löschen? Warum im Vorfeld nicht schon mal dafür sorgen, dass es gar nicht so weit kommt? Das ist natürlich im Bereich der Gesundheit. Wenn ein Blutdruck zu hoch ist, dann ist ja nicht so, dass der, wie soll man sagen, dass da irgendjemand in die Ecke kommt, schmeißt einem hin und sagt, so, jetzt hast du hohen Blutdruck, sondern man hat ja über sein Bewegungsverhalten, über sein Stressverhalten, Schlafverhalten, Ernährungsverhalten dafür gesorgt, dass der Blutdruck sich verändert. Der Blutdruck verändert sich nicht einfach so krankhaft. Zumindest nicht bei 98,5 Prozent der Menschheit. Wenn der Cholesterinwert zu hoch ist, gibt es natürlich einmal die Menschen, die genetisch bedingt etwas hohen Cholesterinwert haben, weil es sind super wenig. Beim restlichen Anteil ist es tatsächlich eine Lifestyle-Erkrankung. Deswegen ist der Cholesterinwert zu hoch. Wenn die Harnsäure-Werte zu hoch sind, warum sind die zu hoch? Einfach nur so? Nein, das steckt dahinter, dass wir natürlich im Essverhalten unsere Problematik haben. Wenn unser Herz nicht durch die Tür funktioniert, dann liegt es daran, weil wir es nicht trainieren. Wenn unsere Mobilität nicht funktioniert, dann liegt es daran, weil wir unsere Mobilität nicht nutzen, weil wir sie nicht trainieren. Und jetzt ist die Frage, warum schaffen wir es nicht, frühzeitig zu sagen, hey, das bin ich mir wert. Das bin ich mir wert. Ich fange jetzt an, regelmäßig Mobilisationsübungen zu machen. Ich fange jetzt an, dreimal in der Woche dreimal Sport zu betreiben. Ich gehe jetzt her und achte darauf, was ich esse. Ich lasse jetzt erstmal viele Süßigkeiten weg, minimiere meinen Alkohol und schaue, dass ich weniger Fastfood esse, schaue, dass ich weniger zuckerlastig esse, achte darauf, dass ich gesünder esse, mehr Ballaststoffe, dass ich mehr Wasser trinke. Warum wartet man so lang, bis es richtig wehtut? Gut, das ist eine spannende Frage und zwar, es ist tatsächlich der Hintergrund, weil es noch nicht richtig wehtut. Und, wenn man für einen zu hohen Blutdruck bekommt, bekommt man eine Tablette. Für einen zu hohen Cholesterinblatt gibt es Tablette. Für die Harnsäure finden wir auch ein Medikament. Für ein Herz, das nicht mehr richtig funktioniert, ja, da gibt es auch Ärzte, die können sich darum kümmern. Da kriegen wir noch einen Beta-Blocker, da kriegen wir noch das dazu. Das wird dann schon irgendwie funktionieren. Freunde, wenn wir einmal eine Rechnung aufmachen, ja, und jetzt überlegen wir mal, wir arbeiten fleißig vor uns hin, wir ignorieren sämtliche Signale vom Körper und wir sind dann irgendwann mal 45 oder 50 Jahre alt. Der Blutdruck ist zu hoch, wir müssen blutdrucksenkende Tabletten nehmen. Der Cholesterinwert ist zu hoch, wir müssen Cholesterinsenker nehmen. So, und dann haben wir noch eine Herausforderung, dass wir gewichtstechnisch zu viel auf den Rippen haben und die Bewegung fällt uns super schwer. Überlegt mal, welchen Zeitaufwand man dann betreiben muss, um letztendlich wieder das System zu retten. Das ist super aufwendig, das ist super aufwendig und der Zeitaufwand, der ist zehnmal höher, wie wenn man vornherein schon immer wieder präventiv dafür gesorgt hätte, dass es gar nicht so weit kommt. Es ist immer die spannende Frage, warum sind wir dazu nicht in der Lage, uns gegenüber uns selbst durchzusetzen? Warum provozieren wir es, dass es richtig wehtut? Ja, da steckt natürlich auch wieder Energie dahinter. Natürlich ist es regelmäßig, sich zu bewegen, energetisch aufwendig. Natürlich ist es etwas aufwendiger, sich gesund zu ernähren, wobei das kann man echt lassen, kochen kommt aufs Gleiche raus. Der Zeitaufwand vom Kochen ist auch nicht größer. Da gibt es also genügend Studien, die es gezeigt haben, dass es nicht zeitaufwendiger ist. Aber es sind alte Routinen da und aus alten Routinen raus, neue Routinen kosten uns Energie und zwar Entscheidungsenergie. Früher schlafen zu gehen, auch da müssen wir unser Persönlichkeitsprofil ändern, unsere Verhaltensmuster ändern. Denn warum gehen wir zu spät ins Schlafen? Ja, weil der eine sagt, pass auf, wenn ich jetzt um 10, halb 11 Uhr ins Bett gehe, dann habe ich ja nichts vom Tag gehabt. Ich habe ja 10 Stunden, 11 Stunden gearbeitet. Und somit habe ich ja nichts vom Tag, wenn ich schon um halb 11 Uhr ins Bett gehe. Da müssen wir unseren Mindset ändern. Denn wenn man früher ins Bett geht, erlebt man am nächsten Tag den Tag viel länger. Man kann viel intensiver den Tag nutzen, wenn man früher wach ist, wenn man viel heller ist im Kopf, wenn man viel lebendiger ist, weil man viel mehr Energie hat, weil man sich ausgeruht hat. Wenn man zwischendurch mal kleine Meditationseinheiten hat, dann fühlt man sich frischer, man ist energiegeladener. Ist das nicht ein Vorteil? Ist das ein Vorteil? Ja, es ist ein Vorteil. Und somit ist immer die Frage, warum warten wir Menschen immer so lange, bis es brennt? Das würden wir im Business nie machen. Im Business 99% sagen, hey, im Business muss alles safe sein. Da bin ich so aufmerksam mit solchen Augen und beobachte es mit Adleraugen, dass alles funktioniert. In der Gesundheit, lass mal schleifen. Also mein Tipp für euch ist, macht mal diese Rechnung auf. Ich wünsche es niemand, auf gar keinen Fall, sondern wir gehen mal von der Hypothese aus. Du arbeitest, du bist fleißig, du bist 45 Jahre alt, Blutdruck zu hoch. Dein Gehirn setzt aus, dein Herz setzt aus. Du hast gewaltige gesundheitliche Probleme, was man niemand wünscht, aber es kann passieren. Dann bist du raus. Deine Firma leidet. Der Kapitän ist vom Schiff. Das Kapitän dümpelt in der Gegend rum. Wenn du Glück hast, hast du gute Mitarbeiter. Wenn du Glück hast, hast du Leute um dich herum, die das alles auffangen können. Wenn du nicht Glück hast, dann hast du ein Problem. Dann ist Schluss mit lustig. Dann ist Aus, Schluss, Aus. Die Firma ist hinüber. Die ganzen Leute, die hier arbeiten, haben ein Problem. Deine Familie hat ein Problem. Du hast ein Problem. Das ist Super-GAU. Und genau aus diesem Grund macht es Sinn zu sagen, okay, ich fahre präventiv an, jetzt was für mich zu tun. Du hast vier Ebenen, in die du einzahlen kannst, energetisch, gesundheitlich. Die erste Ebene ist immer die Ernährung. 21 Mahlzeiten an der Woche können gesund oder nicht gesund sein. Du kannst die richtigen und die falschen Kalorien zuführen. 7 mal 3 sind 21 Mahlzeiten. Wenn du nur 2 Mahlzeiten am Tag gesunde, dann sind es 14 Mahlzeiten. Du hast jeden Tag die Chance, dir was Gesundes zum Trinken einzuverleiben oder auch nicht. Du hast mindestens drei Mal um der Woche die Chance, was für deinen Sportshund, für dein Herz, für deine Beweglichkeit, für deine Kniegelenke, Hüftgelenke, Schultergelenke. Du kannst dafür sorgen, dass deine Körpersprache sich positiv verändert, indem du gesund isst, gesund schläfst, achtsam bist, kleine Meditationseinheiten einlegst und 21 gesunde Mahlzeiten isst oder nur 14. Du kannst investieren. Du kannst jetzt sofort anfangen zu investieren. Du musst nicht warten. Du musst auch nicht auf den 1. Januar warten. Du kannst direkt einsteigen. Du musst dann warten, bis es Montag ist. Nein, steig jetzt ein. Schau mal, ich bin mir jetzt sicher, dass du dir Gedanken machst. Dass du jetzt drüber nachdenkst, stimmt. Warum fange ich jetzt nicht schon an? Warum warte ich? In meinem bekannten Verwandtenkreis war es ja schon. Da gibt es ja einige, die es gekatscht hat, denen den Stecker gezogen wird, die einfach nicht mehr das machen können, was sie machen wollen, deren Lebensluxus eingeschränkt ist, weil sie Medikamente nehmen müssen, weil sie in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt sind. Warum fange ich jetzt nicht sofort an? Du denkst gerade drüber nach. Was hindert dich? Welcher Grund hindert dich? Du hast keine Zeit. Wenn dein Körper will, dann sagt er dir ganz genau, dass du dir Zeit nimmst. Da kannst du machen, was du willst. Dann zieht der Körper ein Stück und sagt, so, ich habe jahrelang mit dir gepredigt. Ich habe jahrelang gebittelt und gebettelt und du hast mir nicht zugehört. So, jetzt gibt es einen Tritt. Und jetzt denkst du, nee, auf den Tritt muss ich nicht warten. Jetzt kann ich ja direkt anfangen. Da hast du recht. Du hast völlig recht. Also, auf was wartest du? Ernährung, Bewegung, Achtsamkeit, Schlaf. Vier Levels. Four Levels. Auf diesen vier Ebenen kannst du für deine Gesundheit sorgen. Auf diesen vier Ebenen kannst du investieren. Und du bekommst innerhalb von relativ kurzer Zeit, vier, sechs Wochen, acht Wochen, bekommst du direkten Zins. Yes. Das ist ein Investment. Das ist mega. Das ist die beste Aktie auf dieser Erde. Jo, das bist du. Du bist die beste Aktie, in die du investieren kannst. Du bist dein Guthaben. Du bist dein Luxus. Du bist deine Gesundheit. Du bist die beste Aktie. Bei dir hat man prozentual den maximalen Gewinn für dich. Und jetzt fragst du dich, warum soll ich das überhaupt machen? Jetzt fragst du dich, soll ich dein nächstes Jahr anfangen? Soll ich überhaupt anfangen? Ja, ich provoziere dich gerade. Ich provoziere dich gerade. Ich schiebe dir gerade Gedanken drüber. Ich mache dich gerade sensibel für dieses Thema. Warum? Weil du wichtig bist. Weil du ein wichtiger Mensch bist. Für dich. Für deine Kinder. Für deine Frau. Für deine Freunde. Für deine Firma. Für deine Firma. Mhm. Bist du wichtig. Ein ganz wichtiger Mensch. Sehr wertvoll. Und jetzt ist die Frage. Warum bist du dir das nicht wert, es zu tun? Warum bist du es dir nicht wert, in dich zu investieren? Warum? Was hindert dich? Wer bremst dich aus? Wer sagt, du sollst es nicht machen? Wer ist das? Wer hält dich zurück? Wer hält dich fest? Wer nagelt dich fest? Wer bremst dich aus? Das bist du. Du bist es ganz alleine. Nur du. Niemand. Außer dir. Hat die Verantwortung für deine Gesundheit. Niemand. Deswegen bist du jetzt an der Reihe zu tun. Umzusetzen. Ja. Und wenn du jetzt fragst, Andreas, wie gehe ich das am besten vor? Wer kann mir helfen? Du siehst mich. Du hörst mich. Und jetzt gehst du einfach mal unten in die Shownotes. Und da findest du andreas-trienbacher.com. Und da gehst du rein und vereinbarst deinen ersten Erstberatungstermin. Unverbindlich. Kostenfrei. Und da haben wir in Kürze das Vergnügen, miteinander zu reden. Und ich kann dir klar und deutlich die Strategie zeigen, wie du vorgehst. Du bekommst von mir die Erfahrungen von über 33 Jahren berufliche Tätigkeit. Von über 28.000 erfolgreich geholten Coaches. Davon 8.000 online. Und du hast alle Informationen von meinen über 50 Aus- und Weiterbildungen. Kriegst du komplett geschnürt für deine Strategie. Und jetzt wartest du immer noch. Dann kann ich dir nicht helfen. Ich wünsche dir bei allem, was du tust, ganz viel Gesundheit, ganz viel Erfolg. Und ich freue mich von dir zu hören. Bis bald.